Guten Morgen! Ich hoffe, man sieht uns. Ich sehe nämlich gerade gar nichts in der Kamera. Es blendet total. Die Sonne scheint mega. Ich bin hier mit meinem Hot Chica unterwegs. Und mit der Coco. Mäusi, du siehst ja lustig aus mit deinem grünen Schnuller und deiner rosa Brille. Wie wäre es mal ohne Schnuller? Viel besser! Oh, das ist aber lieb von dir, Mausi. Dankeschön. Noch eine Blume? Vielen Dank. Ich glaube, das reicht jetzt. Die anderen lassen wir da stehen. Die blühen doch hier so schön. Einmal Scheibe. Dankeschön. Jetzt habe ich aber einen großen Strauß. Du, das sieht ja super aus. Dankeschön. Mh, willst du mal riechen dran? Mhm. Ja, wie jetzt? Du hast gepustet und nicht gerochen. Wuhu, wir sind gerade in Kreuzlingen. Die Binkies mit dabei. Falls ihr sie noch erkennt, sie hat jetzt kurz... Wunderschön. Von das werden ja geschnitten an geschönt. Sehr, sehr toll. Müsst ihr unbedingt mal hin. Schleichwerbung. Warte. Hashtag Werbung. Unbezahlt. Selbstbezahlte werden. Selbstbezahlt. Genau. Aber bezahlbar. Achtung, Klugscheißermodus. An diesem weißen Ding am Kopf links. Siehst du das? An dem Punkt? Aha. Das weiße sagt, dass es weiße Eier legt und wenn das braun ist, dann legt das Huhn braune Eier. So, haben wir wieder was gelernt. Klugscheißermodus. Aufwachen. Aufwachen. Gell, aufwachen sag. Weil aufwachen. Will wohl nicht, will keine Karotte. Die träumt bestimmt. Die liegt gerade so schön. Das ist wie beim Papi. Die sagt, fünf Minuten noch. Wie macht ein Schwein? Mach mal. Ja, mach ich doch schon. Wir machen doch schon. Da sind ein paar Schafe. Da sind ein paar Schafe. Genau. Du willst die kleinen Ziegen füttern, du Maus, die fressen aber noch nichts. Die trinken noch bei der Mama Milch. Sieh, wie die rumspringen. Oh mein Gott. Guck, der trinkt jetzt bei der Mama. Siehst du das? Die trinken noch Milch. Ja. Kalt, geht der Wind ganz arg. Oh, okay. Das ist jetzt irgendwie auch ein Text gewesen. Atme nicht vergessen, Kind atme. Musik 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 ganz schön tief kannst du dir die hand geben zwei geht nicht eine reicht aber auch so tief ist es nicht du schaffst es mit einer hand glaub mir guck mal das glaube ich nicht viel zu viel ist das der ist ja riesig der ist von der schweiz schweizer schocki auch noch das hast du alles gekriegt jetzt von der melissa sage mal na melissa Ja, macht Spaß. Du musst es jetzt machen. Du musst es jetzt machen. Du hast es vorhin nicht gedacht, oder was? Oh, süß. Mich geht noch nicht, ich musste es noch fertig spielen. Jetzt wird es schwieriger. Oh. Beide Füße. Beide Füße müssen nicht raus. Und nochmal zurück. Die Hände links so rechts weg. Die Hände links so rechts zur Seite. Dann kannst du das auskriegen. Jetzt dann auch wieder? Nein, beide Füße. So, wir haben hier einen kleinen Schritt. Nachdem unser Nachmittags-Date ausgefallen ist. Wir wollten eigentlich nach Allensbach. aber der Wetterbericht sagt in einer Stunde schon Regen. Jetzt gehen wir zum Papi. Der ist nämlich beim Angeln. Und da nerven wir den ein bisschen. Und da vorne ist schon der Papi. Ich höre ihn schon. Hallo. 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 Aha. Also der Papi hat ja eindeutig den kinderunfreundlichsten Platz zum Angeln gesucht. Keine Enten. Und es geht ganz tief runter. Guck mal. Ein Schwagen kommt uns besuchen. Und dann geht auch meine Schuhe rein. Nee, nicht ganz. Guck Schatz, der fängt jetzt einen Fisch für dich. Er schmeißt ihn dir hoch und sagt, so geht's. Ihr müsst ja da unbedingt Zeug reinschmeißen. Das geht doch darüber. Ja. Die wollen was zum Essen? Schmeiß dir ein paar Brösel rein. Schmeiß. 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 Ich mache noch mehr. Die wollen noch mehr? Ja. Oh, so ein riesen Fisch. Ein Fisch ist das. Wow. Der sieht ja toll aus, hey. Wow. Was haben wir hier drüben noch? Wow, wow. Genau. Ein Hund. Jetzt wird's ganz schön winig. Ich glaube, jetzt fängt's dann bald an zu regnen. Ähm, wir machen uns jetzt... Oha, Koko. Wir machen uns jetzt mal auf den Heimweg. Unser kleines Mäuschen hat hier hinten ihre ganze Osterhasenschokolade gebunkert. Inklusive dem riesen Osterhasen von der Melissa. Ja, dein großer Osterhase. Ich weiß. Guck mal hin. Nein, den lassen wir jetzt noch zu. Komm, wir haben so viele Süßigkeiten. Den machen wir jetzt noch nicht auf. Der passt, glaube ich, nicht da rein, Maus. Der ist ein bisschen zu groß. Wie wär's, wenn wir den hier oben hinstellen? Hier steht er doch gut. Das sieht doch super aus hier, ha? Ja. Ja. Papa kann essen. Genau. Papa auch noch. Mhm. Das war ganz kalt. Wir haben Kaffee. Ja. Es gibt jetzt Essen, oder wir machen jetzt Essen. Ähm, es gibt heute einen Nudelauflauf mit Blumenkohl und Lachs. Und die Katie hilft mir jetzt. Jetzt müssen wir erstmal die Nudeln kochen und wir machen schon mal die Sahnesauce dazu. Dann los. Na dann los. Fang mal an. Guck, ich sehe immer noch das Gelbe vom Ei, das muss alles verquirlt sein. Und jetzt müssen wir warten, bis die Nudeln fertig sind. Dann wollen wir uns jetzt schon mal verabschieden. Wünschen euch auch einen guten Appetit oder was auch immer ihr gerade macht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.